Hallo ihr Lieben, ich habe letztens diese Werbung auf Pinterest gesehen und habe mir sofort diesen Mascara geholt. Das musste ich ausprobieren. Er besteht aus Step 1 und Step 2. Bei Step 1 definiert man die Wimpern erst und bei Step 2 verlängert man sie und gibt denen optisch so ein bisschen mehr Volumen. Das sind wie so kleine Fäden drin, die die Wimpern optisch verlängern. Auf jeden Fall habe ich das Ganze ein paar Mal wiederholt. Damit die Wimpern nicht zu klumpig aussehen, habe ich immer Step 1 genommen und dann nochmal Step 2 zur Verlängerung. Und ja, das Ergebnis seht ihr hier. Ich bin völlig baff gewesen. Meine Wimpern sehen krass aus. Was sagt ihr dazu?